Hallo und willkommen zu diesem neuen Video. Heute möchten wir euch mal die drei besten Billardtische aus drei unterschiedlichen Preisklassen vorstellen. Wenn ihr also auf der Suche nach einem neuen Billardtisch seid, seid ihr hier genau richtig. Drei Modelle von drei verschiedenen Herstellern und auch Preisklassen haben wir wie gesagt in diesem Video. Bleibt unbedingt bis zum Schluss dran, um alle Billardtische mit ihren wichtigsten Eigenschaften und Funktionen kennenzulernen. Schaut nach dem Video auch gerne mal unten in der Beschreibung für alle weiteren Infos zu diesen Modellen vorbei. Dort haben wir euch alle Billardtische verlinkt. Wenn ihr also den schnellsten Weg zu diesen Modellen haben wollt, ist das über die Videobeschreibung. Lasst uns nun aber mit dem eigentlichen Video und auch dem ersten Billardtisch aus der Einsteigerklasse starten. Es handelt sich um den Gamesplanet 7. Dieser Billardpremiumtisch aus der Einsteigerklasse ist in zehn verschiedenen Farbvarianten erhältlich. Unter anderem dabei auch die klassische Variante mit einer braunen Verkleidung und dem grünen Tuch. Die hochwertige Verarbeitung des Modells aus hochdichtem MDF-Holz sorgt für ein hohes Eingewicht des Modells von 110 kg und einen sicheren Stand des Tisches. Der verkromte abgerundete Kantenschutz sorgt hier auch für eine edle Optik und verringert zusätzlich die Verletzungsgefahr. Durch das Rücklaufsystem dieses Tisches gelangen die Kugeln automatisch zu der zentralen Sammelstelle, wo diese leicht entnommen werden können. Auch hat das Modell höhenverstellbare Füße dabei, welche mit dem Schraubgewinde nach oben oder unten eingestellt werden kann, womit das Modell problemlos ausnivelliert und in die Waage gebracht werden kann. Das Modell wird gleich im Set mit zwei Kurs, zwei Kreidestücken, einer Bürste und auch einem Satz 57mm Billardkugeln geliefert. Auch das Dreieck ist dabei, womit man diese Kugeln aufbauen kann. Alles quasi, was zu einem gemütlichen Billardabend beitragen kann. Und wer vor allem ein, ja noch recht kompaktes Modell mit vor allem auch einem günstigen Preis erwerben wollte, ist beim Gamesplanet Billardtisch unserer Meinung nach an der richtigen Stelle. Mehr Infos zu diesem Modell könnt ihr nun über den ersten Link in der Beschreibung erfahren. Es handelt sich auch hier um den Bestseller. Also schaut da mal vorbei, ob dieses Modell das Richtige für euch ist. Bleibt auch gerne noch dran, denn zwei weitere Billardtische aus zwei weiteren Preisklassen möchten wir euch ja wie gesagt noch vorstellen. Aus der Mittelklasse möchten wir euch den ebenfalls recht beliebten Billardtisch Manhattan von Buckshot vorstellen. Dieses Modell ist mit 2,44 Meter Länge und 1,32 Meter Breite etwas breiter als das zuerst vorgestellte Modell von Gamesplanet. Das zuvor vorgestellte Modell von Gamesplanet hatte einen Durchmesser von 7 Fuß, dieses hier von 8 Fuß, womit es den Standardabmessungen von Bar-Billardtischen entspricht. Der Buckshot Manhattan ist ein hochwertiger Billardtisch, welcher mit einer schwarzen Außenoptik und einem blauen Tuch kommt. Er hat ein Eigengewicht von 130 Kilogramm und eine außerordentlich stabile Verarbeitung aus stabilem Kunststoff. Das macht das Modell natürlich besonders langlebig und auch widerstandsfähig und sorgt dafür, dass man mit dem Buckshot Manhattan viele, viele Jahre spielen kann. Zu dem Gerät gehört auch der automatische Kugelrücklauf, der die eingelochten Kugeln an einem zentralen Ort versammelt. Generell das Set, welches hier im Lieferumfang dabei ist mit zwei Kurs, einem Kugelset, Kreide und auch dem Aufbau Dreieck und auch dabei die klassischen sechs separaten Banden mit auch Stahlecken und einer Stahlmittelkonsole. An allen wichtigen Stellen ist das Modell also nochmal zusätzlich verstärkt, was nicht nur zu der hohen Langlebigkeit beiträgt, sondern unserer Meinung nach auch optisch wirklich etwas zum Manhattan hinzufügt. Wenn ihr euch nur noch weiter zu diesem etwas größeren Modell aus der Mittelklasse informieren wollt, könnt ihr das nun gerne über den zweiten Link in der Beschreibung tun. Dort könnt ihr alles weitere erfahren. Beispielsweise könnt ihr auch einige der über 130 Kundenbewertungen durchlesen und das Modell dort auch mit einer Spedition bestellen. Bleibt nun aber auch gerne noch dran, denn als drittes und letztes möchten wir euch das absolute Profi-Modell im Vergleich vorstellen. Es handelt sich um den Pool-Billiardtisch Galant von Sporttime. Dieses Modell ist in vier verschiedenen Farbvarianten erhältlich, zumindest was die Tuchfarbe angeht. Das Modell an sich besteht aus MDF-Holzplatten mit PVC-Laminierung. Vor allem diese Laminierung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und erhöht die Langlebigkeit enorm. Beim hochwertigen Tuch handelt es sich hier um ein Modell, welches einen 50%igen Wolf-Anteil aus australischer Schafswolle besitzt und welches durch seine feine, aber dichte Webstruktur eine besonders glatte und gleichmäßige Oberfläche verspricht. Dies sorgt für ein besonders exaktes Spiel und auch einen schnellen Kugellauf. Zudem befinden sich in diesem Tisch die Banden aus recyceltem Gummi. Diese Banden haben für den Billardtisch eine optimale Rückprall-Eigenschaft und tragen zu einem professionellen Spielgefühl bei. Die massive Ballfangtasche leitet die Kugeln dann in das integrierte Kugelrücklaufsystem, sodass die Kugeln an einer Seite gesammelt werden können. Des Weiteren besitzt das Modell auch ein Zählsystem über mechanische Schalter, sodass man den aktuellen Punktestand hier jederzeit erneuern kann und diesen so nicht vergisst. Das Modell ist in allen gängigen Größen einer ganz kleinen 5,5 Fuß, einer mittleren 7 Fuß und auch einer 8 Fuß Variante erhältlich. Vor allem in der letzteren handelt es sich auch um das hochpreisigste Modell, aber auf jeden Fall bekommt man mit dem Sporttime Galant einen Profi-Billardtisch mit allen wichtigen Funktionen und vor allem einer herausragenden Verarbeitung. Und wenn ihr genau auf der Suche nach so einem starkem Profi-Modell für eure Bar, Hobbyraum oder auch, oder von mir aus auch euer Wohnzimmer wart, dann seid ihr hier beim Sporttime-Modell an der richtigen Adresse. Mehr Infos zu diesem exakten Modell bekommt ihr über den dritten Link in der Videobeschreibung. Dort ist der Sporttime Galant mit allen wichtigen Infos und dem tagesaktuellen Preis auch verlinkt.